Mit jeder Sekunde, die verstreicht, nähert sich die Zukunft ihrem Ende. Newton? Das ist nicht meiner. Das ist nicht deiner. Der Pin. Ich hab noch nie... Aber was, wenn es einen Ort gäbe? Dad, sieh dir den mal genau an. Sieht der komisch aus? Einen geheimen Ort, an dem nichts unmöglich ist. Du siehst das nicht? Casey, hör auf! Dieser Pin hat mir einen unglaublichen Ort gezeigt. Was du gesehen hast, ist ein Ort, an dem sich die klügsten Menschen der Welt treffen, um sie wirklich zu verändern. Jemanden wie dich suchen wir schon eine halbe Ewigkeit. Warum? Ist dort irgendwas passiert? Was Schlimmes? Ist dir jemand gefolgt? Wer? Komm! Rein hier! Da führt nur ein Weg rein. Sie wissen, dass wir kommen. Also, folgt mir. Warum ausgerechnet ich? Er denkt, du kannst die Zukunft retten. Du willst Tomorrowland sehen? Hier ist es. Festhalten! A World Beyond. ...verwunden wurden. Sie haben ein Geheimnis. Etwas, das sie niemandem sagen können. Weil sie niemandem trauen.